Ich glaub aber, ihr zaffert, oder? Jajaja, ganz zaffert. Schlimm PvP ist an. Geh weg! Ich glaub, jetzt... Ich würd dich mit nem Holzschwert, glaub ich, sogar ordentlich besiegt. Okay, jetzt traut mich. Jetzt traut mich aber leider nicht. Ich hab mich steigend schwer. Und ich könnt mir sogar ein Eisenschwert schon machen. Muss mal ganz kurz meine Kisten nutzen. Ach doch, das Eisen hab ich im Inventar. Ich dully. Läuft bei mir. Wo sag ich das nochmal? Ich glaub bei Escape und dann auf... Genau, weil du grade sagst... Schwierigkeit ist noch normal, okay. Hä? Ich hab das doch umgestellt heute alles! Mir wird's jedenfalls erst nochmal angezeigt, vielleicht ist es auf Hard. Difficulty... Hard. Ja, jetzt ist es auf Hard. Ich hatte das aber heute Vormittag schon so eingestellt, als ich den Deathcounter gemacht hab. Ich muss mir erst mal... Wo haben wir's? Wo haben wir's? Ach, ähm... Haben wir hier irgendwelche Regen wegen Tiere? Ich glaub nicht, oder? Nö. Weil ich brauch erstmal was zu fressen. Ich hab mir schon zwei Kühe gesaved. Ich hab mir jetzt nur ganz kurz ein Soundpack installiert. Ach und Feuertick und Explosionsschaden ist alles an. Nur, dass du Bescheid wirst. Scheiße, ich will jetzt abbauen oder ich will's nicht. Kann ich mir mit dem Schild ein Block zählen? Nein. Oh, du... Kack. Wehe, 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 du gehst hoch, ey. Jetzt hab ich meine Kugel... Nee, jetzt hab ich meine Kugelhaut. Hier war ein Creeper drinnen. Guck mal schön, da geht diese uralten Fortschritte. Ich weiß nämlich, wo ich baue. Ich möchte erstmal überlegen. Ich glaub nämlich, dass die Nacht Scheiße wird. Jaaaaaa... Kann auch sein, dass ich mir einfach einbuddel. Schon allein wegen dem Phantom. Weil ich hab schon eine Nacht durch, ohne zu schlafen. Toll, also hast du einen kompletten Vorteil. Na, aber Spon den dich erst in der dritten macht? Jaaaa, hast du ein Bett? Ähm... Aber hier sind Schafe. Kann doch eins machen. Da... Mach dir eins. Und du? Ich hab doch schon eins. Das war das erste, was ich mit Globo gemacht hatte, hier. Wo ich die erste Folge aufgenommen habe. Ach scheiße, müssen wir das selbst... Oder die Wolle muss gleich sein, oder? Ich glaub schon. Schei-ei-ei-ei-se, ey. Ähm... Was hast du denn für welche? Ich hab einen braun, zwei weiße und jetzt hier oben ist noch ein weißes Schaf. Sonst hätte ich die Globo als Strings geben können für weiße und... Alles gut. Ich hab jetzt sowieso erst meine Höhle verzogen. Feigling. Das sagt der, der schon Eisen hat. Neun Stück! Wow! Ich guck, reicht für einen Brustpanzer und eine Schuffel. Nee, eher für Werkzeug. Steinschön und gut, aber... Damit werde ich nicht eilt. Also dann muss ich erstmal Fleisch brennen. Und hier ist natürlich noch keine Kohle. Kein gar nix. Braust du welche? Ich hab noch drei Holzkohle. Passt alle? Pff, dann nicht. Ne, meine Holzkohle nicht zu sagt. Dann halt nicht. Aus drei Holzkohle krieg ich ganze zwölf Fackeln. Da komm ich nicht weit. Ich hab nur fünf Fackeln. Hast du keinen Optifine drauf? Nein. Weil ich die Version vor fünf Minuten heruntergeladen habe und ich weiß und ich sehe das als ein... Kann nicht sein, weil wir bei Eldercraft auch auf der 1.16.2 spielen. Ne, drei. Immer schön die neueste Version, mein Herr. Ne, ich geh über die 1.16.2 rein. Und ich über die 1.16.3. Selber schuld. Warum nimmst du dich die neueste Version? Könnte ich auch so rumfragen. Kein Bock drauf. Ja, guck. Ich hab halt kein Bock zu updaten jetzt. Du musst die Optifine installieren. Ne, aber wegen Optifine, da brauchst du bloß in der Offhand eh ne Fackel tragen. Ja, aber das ist ja... Seh ich wieder so, halt nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Ach, ich schon. So, wer jetzt macht. Ja. Ja, wegen Offnehmen müssen wir mal gucken, wie viele Folgen wir heute hier aufnehmen. Ich glaube, in der 1. Folge hatte ich gesagt, ab Folge 3, 4 oder 5 ist dann noch ein dritter dabei. Das ist ja dann der Justin. Und... Oh oh oh. Uh oh, Creeper. Und... Und, jooh. Und... Tada. Da ist jemand ins Wasser gegangen. Was? Ich hab das mit Wasser-Dings verwechselt. Ja, ich bin schwimmen gegangen und hab Eisen gefunden. Äh, hast du dein Bett? Ähm. Nö. Wow. Und hier schreit jemand Hunger. Ich brauch noch schnell ein bisschen Holz, dann kann ich mir eins bauen. Und irgendwie sieht mir das nicht noch hart aus ehrlich gesagt. Hallo. Er läuft aber auf hart. Das kann ich dir versprechen. Lecker. Das ist halt schwer. Boah Gott. Lecker. Ich hab grad alles aus Eisen gemacht. Eisenschwert, Pickel, Abschaufel. Dich seh ich auch nicht als Zombie. Außer du möchtest als Zombie gesehen werden. Du könntest mir eh nix anhaben. Wärst mir doch voll den Eisen rüsten? Ich liege, Alter. Ja, Moment. Mein Bett stand scheiße. Äh, so. Du, wie geht's? Du, te, tu... Du, du... Achso. Du hast nur dich runtergekramt. Wir wollen ja wegen diesen Bergbau und Tal gebaut. Ich hab mich irgendwo besser runtergekommen. Ich bin in der Höhle. Achso. Müsste man nämlich mal so abgrenzen, wo was zukommt. Naja, wenn, dann möchten wir uns schon da irgendwo runtergraben, wo wir dann auch direkt bauen. Weil sonst sieht das scheiße aus. Wenn da ein Eingang ist, da ein Eingang und dann irgendwo noch der Tagebau. Weil das soll ja so ein schönes 16x16 Loch werden. Hab ich mir zumindest so vorgestellt. Dicke Kohle haben sie gefunden. Eieieieiei. Irgendwo war hier nämlich auch eine kleine Höhle, wenn mich nicht alles täuscht. Raus, raus, raus. Brau ich nicht mehr. Und brau ich nicht mehr. Bitte nicht mal Müll aufsammeln, sonst regst du dich wieder auf. Ich reg mich doch nicht auf. Ach nein, du doch nicht. Nein. Mehr denn sonst. Die eine Oma? Ja. Und wer ist das? Der, der als letztes auf dem Server joint. Also Justin. Bis jetzt Justin, stimmt. Oder du, du bist im Nachhinein gejoint, wenn man es auf heute bezogen sieht. Ja, wenn man es auf heute bezieht. Sondern der Dulli hat den 2. Punkt nicht richtig gesetzt. Normalerweise schon. Das hat sich ja alles vor der ersten Aufnahme gemacht. Aber gut. Da ist eine Kuh. Da war eine Kuh. Die ist jetzt tot. Boah, er sagt, du bist hier oben in den Berg reingegangen. In die Höhle. Nö. Okay, dann gehe ich jetzt doch mal. Da sind Pferde. Oh Gott, die können wir auch gebrauchen für später. Die ganzen Einstellungen hast du alle auf normal, oder? Also, kein erhöhtes Erzvorkommen. Nö, nö. Alles normal. Gehst du schon auf dir? Nee. Ich frag nur. Weil es mir gerade auf Kosja vorkommt, dass ich hier in der Höhle 5 Kohle vorkommen nebeneinander finde. Ja, das ist doch alles Neues seit... Leck mich am Arsch. Seit irgendeiner Version. Ich hab seit der 1.12 keinen Vanilla dabei gespielt. Also, keine Ahnung. Ich wollte auch noch gucken, ob ich, wie beim Vanilla RP Projekt, das XP Speicher Schild finde. Ich hab's gefunden, aber nur für die 1.15 Version. Mach's mich ein bisschen anpiepst. Boah. Ein Schlag der Spinne zieht mit zwei Herzen ab. Ohne Rüstung. Ja. Es ist hart. Ich muss sowieso mal überlegen, wie ich mein Haus am besten baue. Ja, Monster ist sicher, glaub ich. Das sowieso. Können wir das überlegen, was ich witzigerweise mit Just in My Sky gemacht hab. So ein Vanilla Turret Geschütz. Die ganzen Mauer, die alles abballert, was du nicht so nix. Aik, ich seh dich. Schau mal nach unten. Ja, ja, ich hab dich auch schon gesehen. Äh, war das... Ne, war... Hast du nicht so ne Geschütz... Ach ne, das war das Mod Pack von Benni und Dion Justin. Was? Wie oder was? Mit den Geschützen. Das mit den Geschützen... So, ja. Ja, einfach so ne normale Werfer. Da hab ich mich auf dem Baum versteckt. Weißt du? Ja. Da hab ich mich auf dem Baum versteckt. Super versteckt. Ja, ich bin in der Nacht gespawnt. Äh, ist verlaufen. Oh, oh, oh. Na, das... Ach, shit zu wenig Holz. da sind auch schweinchen und hühner das wäre gut wenn man die gleich mal irgendwie safe damit man die für den bauernhof haben ich muss erstmal überleben danach helfe ich die gerne so adapt funktioniert jetzt leider nicht ich brauche ein skelett nur zweimal hinten und ich bin halbleib du wolltest auf hart spielen ja finde ich auch richtig warte mal in welche plugins sind jetzt ich weiß gar nicht gib mal slash plugins ein in den chat das müsstest du dann sehen fast leaf decay also das sind blätter schnell abbauen redstone mocks spawner ja genau da wollte ich sowieso noch mal gucken ob der jetzt endlich mal funktioniert doch sneaken ich habe es eigentlich auf f eingestellt nee das ist automatisch eingestellt einfach sneaken und abbauen nö funktioniert nicht halt mal f gedrückt bei dir dann switch ich die items ja das habe ich ja umgestellt bei mir äh was hast du gerade versucht abzubauen ähm wie heißt das ja ich werde jetzt nicht das plug-in öffnen und dort die ganzen erze und äh was ist erste ganzen blöcke eintragen also so viel arbeit mache ich mir da nicht für den vanilla server nee das ist ja allein jetzt schon so ein riesenvorteil und dadurch dass es mit sneaken geht ist es gleich mal noch besser da fällst du wenigstens nirgendwo runter wenn du zu viel world border haben wir nicht oder world border ok weil du anfangs irgendwas mit dem dörfer gesagt hattest ich bin jetzt nicht auf erkundungssicht dran aber ich frage jetzt einfach nur welche Dörfer werden wir noch oft genug finden so häufig wie die in letzter Zeit mit den neuen updates immer wieder hier spawnen da hast du ja wirklich hier oben mindestens ein Dorf und hier ist irgendwo eine Höhle da schreit etwas Hunger hey diese Sound Plugin oder was das ist von den Mobs das habe ich nicht das hat die auch nicht ins nee das ist ähm ein Ressource Pack ich habe mich immer die ganze Zeit gewundert wenn ich deine Folgen geschaut habe wieso schreien die bei dir Hunger bei mir haben die auch immer gegrunst wenn überhaupt ich kann dir gerne das Sound Pack schicken ganz ehrlich ich bin schon ungewöhnlich ich feiere das das habe ich ja damals von Blacky bekommen lecker und eigentlich ohne das spiele ich eigentlich Gorkin Minecraft außer Eldercraft natürlich ja weil es da nicht erlaubt ist ja weil es da nicht erlaubt ist äh nö das ist egal da kannst du ja auch Shader und alles benutzen ach du scheiße ey es verändert ja nur die Sounds der Mobs ja nicht wird es halt schon wieder Nacht äh seh ich jetzt zwar ja doch Sonne geht auch noch ich hab grad fragen hab ich den Trick in der Linse ne naja ist doch noch Zeit bis die unten ist jetzt bin ich gerüstet jetzt kann ich auch rausgehen wo bist du überhaupt ich hab dir nicht mal kurz gesehen na hier wo die ganzen Bäume jetzt fehlen toll das fehlt für mich gar nichts ach doch da hinten ich baue mir grad mein Äckchen wo ich mich niederlasse wir müssen dann nochmal irgendwie den Spawn markieren dass wir nicht dort aus Versehen bauen hast du da nicht spawnschutz? nö das hab ich ausgelassen okay ja gut dich würdest eh nicht jucken das wär halt ein schutz für mich du ähm wenn Justin oder äh okay Justin ist auch schon geweihtlistet aber wenn Yassi eventuell noch drauf kommen sollte dann DOP ich mich komplett das mach ich dann auch noch in der Folge klar wirds dann wieder helsen du kannst ja über die Konsole Rechte geben und 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 aber ganz ehrlich ich bin viel zu faul noch extra jetzt den Browser aufzumachen um oder die Konsole zu öffnen um mir OP zu geben macht das dann keinen Spaß so ich liege also scheiße Stücke das ist das glory immediately die die den